Kann man nicht verriegeln hier? Nee, leider nicht. Alter, der atmet, ey, das ist ja nicht mehr normal. Wenn das ganze Spiel so geht, dann hat er aber bald Lungensausen. Seili, also Englisch kann ich nicht so gut aussprechen, keine Ahnung, was das heißt, könnt ihr immer unter die Kommentare schreiben. Englisch ist nicht so bemächtigt, in meinem Fall. Acht nach, das ist doch geil. Wir sollten uns jetzt einfach mal... Könnte das sein, dass das der gleiche Edding ist? Ja. Moritz Marquez. Ist der gleiche, ähm... Der gleiche Edding. So, was haben wir jetzt? Die Tippen da was? Okay, rechte Kamera. Zeichne das nicht auf. Okay, Security System... Okay, warte, nein, was macht der jetzt? Ihr steht jetzt... Was? Was? Oh. Ich verstecke mich lieber. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ahaha. Verstecke dich im Schrank. Versuche nicht zu kämpfen. Okay, alles klar. Ich habe mich im... Scheiße. Ah. Äh. Mutti. Atme nicht so laut, Mann. Wenn dir ein Viermann der großartig sind... Ich finde mehr, wenn du ihn ausfahst. Oh. Mann. Das gibt ja vor... Boah, ist das ein fettes Vieh, alter. Hohohohohoho. ぁ, Alter. Wie lange bleibt er jetzt da stehen? Okay, wir haben wieder einen Eintrag. Moment. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ja, ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Aha. Oh. Auf einmal ist das Geräusch weg. Da hängt der Ton noch ein bisschen nach. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ach so, hier sind wir gewesen. Oh je, das ist offen. Scheiße. Ich gucke, ob wir jetzt in den Keller müssen. Oh ja, ja gut. Ich war im Schatten. Sack, Kamera. Wollte auch umgucken. Alter, ich weiß nicht, die Muffe, alter. Eti fucking. So, was ist hier unten? Okay, wir müssen hier unten lang. Toter Raum. Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Was war das zu lesen mit hier? N, denke ich mal. Ne, nicht N. Okay, dann ist es Y. Das ist total. Mein Kultra-Programm Zieldokument an Akte betrefft hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Äh, 45. Äh, 54. Jetzt habe ich es aber. Oh, ich bin total aufgerechnet. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954 wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt, Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorgegangenen Nacht einge... Geht... Ja, genau. Ein Ger... Du schläfst durchgeführt. Durchgeführt. Mit Stexen und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen... Angewiesen, ne? Sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehende Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Was zum Geier? Einer, der sie nicht wehren kann, soll abgeknallt werden? Da machen die die nicht ganz dicht, ey! Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruck, Gott sei Dank, Pistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berührt oder zum Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt dem Vorgang vorfall vermehnt ab. Okay. Entschuldigung, mit Lesen habe ich es nicht so, aber... Wow! Die Musik, ey, könnt ihr diese Musik nicht mal lassen? Oh Mann, ey, ich bin in der Kloake gefangen hier. Wer ist da? 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 Wir haben da. einer von zehn batterien wir müssen uns ich denke mal bei allen hier verstehst du mir dann hier im weg du komisch bist du mal hier oben im watt oder nicht der batterie aber uns gleich verstecken können ja okay ist was kann sein dass wir jetzt besuch kriegen ich trinke mal schnell was ich habe da ich hier wurde eine tür kaputt gemacht ich habe da was gehört die musik wird lauter ich kann auch nicht näher an ja guck mal einer oh scheiße er guckt die schwindel nach es kommt mir vor wie betet bei den leiden was hinauf in den himmel das geht jetzt so stehen das konnte ich so schnell jetzt nicht lesen ach nein ich will doch aus ich warte jetzt ganz langsam hinterher ach du sollst langsam du umgehobelter klotz schwarze schwarze krisch 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 Ah, der Sprinktrink hat mich gesehen, ist drüber gesprungen, der Bauer, ey. Der ist natürlich jetzt wieder hier. Ich muss gucken, dass ich vor ihm da dran vorbeikomme irgendwie. Puh. Kommt er wieder hier oben rein? Ich warte jetzt noch. Ich will auch nur mal sicher gehen, ey. Weil wir sind ja nur Journalisten. Ich weiß nicht, inwiefern wir uns wie lange verteidigen können. Ja, jetzt ist er hier drin. Gut, dass ich gewartet habe. Man geht an die Pumpe, du. Nein, ich will doch raus. Ich drücke mal die Fallschule. Und der nächste. Und guckt mir nicht, dass hier noch irgendwo was liegt, bevor ich das aufdrücke. Ihr müsst doch... Okay, dann sehe ich nichts mehr. Schnell wieder rein. Ich bin, ey, ich bin... Oh, schreckhaftiges Hühnchen, ey. Komm mal aus, Kamera hier. Was hast du für Batterien? Oh. So, die zweite Pumpe bauen wir jetzt auch. Äh, ja, Gaspumpe, glaube ich, ne? Jetzt ist er schon wieder hier. Wir müssen... Ja, haha, haha, haha. Oh, Mutti. Wieder ein Geist. Würde ich auch sagen. Der ist natürlich schnell hinten wieder drin. Der bleibt die ganze Zeit da stehen. Ich muss aber da hinten... Ich muss da hinten rein, muss ich noch, denke ich. Ich muss da hinten rein, muss ich noch, denke ich. Okay, das ist der. Ich muss da hinten rein. 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 Oh, komm schon! ich verstecke hier aber kann sein dass er jetzt gar nicht rüberkommt weil ich jetzt den nächsten hebel betätigt habe ich bin ich bin am ganz körper zu ich habe gänsehaut ohne ende alter ja ich da kommt da kommt ich hätte auch ganz schnell wieder rausrennen können ob die guckte jetzt nicht in meinen nach das war die bis die schritte weder weniger wissen wir weniger werden also wechseln so haben wir noch eine batterie aufgetriebenen hebel oder so eine batterie auch geil alter porno ja okay sagt er sei jetzt nichts Ich muss wieder zurück. Oh mein, oh mein. Ach, Mann, ich hänge. Schwupps, da drüber, ganz schnell, und dann hier durch die Mauer durch. Aber wo sie jetzt lang, und jetzt wieder zurück? Boah, erst mal, so geht er mitgeschweigert. Oh, ich will wieder in der Umgebung, wo Licht ist. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Ach so, hier geht's wieder. Oh, das blinkt sogar. Ich schaue mich jetzt erst noch mal um. Es ist geil, wenn man so an der... Oh, mit den Batterien sind wir ziemlich kurz unterwegs, muss ich sagen. Die Sound mit der Batterie, äh, mit der Kamera ist von geil. Aber laufen kann er. Laufen kann er, du. So, versuchen wir das jetzt noch mal. Ah, was zum Geier. Nein! Was ist hier los? Es tut mir leid, mein Sohn. Ich wünschte, ich hätte das nicht tun müssen, aber Sie können noch nicht gehen. Sie müssen noch so viel erleben. Was? Äh... Werden Sie es sich ansehen? Können Sie es? Unsere Herzen, der Wollbreiter, der immer wie mit seiner Wahrheit zerfetzt. Der einzige Weg hinaus führt über die Wahl. Seien Sie das Evangelium und alle Türen werden sich ihm öffnen. Äh, ich gehe aber schlafen. Er setzt mich erst mal hin. Äh, ja. Okay, ähm. Alter, kommt auf einmal und haut uns erstmal die Spritze in den Ball nicht, ey. Was ist das denn für einer, ey? Ach, ne. Oh. Oh, Alter. Wo bin ich denn jetzt, ey? Oh, okay. Erstmal hochkommen, ey. Oh, ich sehe nicht richtig, ey. Oh. Und jetzt, ja, Kamera. Okay, Kamera ist hier. Oh, jetzt. Oh, so langsam wird meine Sicht wieder besser. Ich stelle mich natürlich direkt hin. Jetzt kann ich wieder klarkucken. Daumen. Hey, yo, Captain Jack. Vergiss nicht, dass Notizen dein Notizglock nur hinzugefügt werden, wenn du, ja. Mal rücken. Tiefzen. vater martins zelle der priester vater martin hat sich hierher gebracht um mir etwas zu zeigen glaubt ich sei sein zeuge welchen bescheuerten blödsinn auch immer alter dieser doktor wernicke hat mit dem zu tun was hier schief gelaufen ist und einer muss ja schuld tragen aber er ist von mehr als zehn jahren gestorben ruhe im frieden stets mit blut an der wand geschrieben den wollen die zamba rest in peace mit kreuz any follow here this here we did note could be street hey klo klo street jetzt psychos aber was sagt er für euch was macht er da glaube der nägel in der wand ok alles klar kein problem da kann man nicht reingucken da passiert nichts der sieht irgendwie aus wie friedrich was mit dir hat doch keine katze essen und da ist bist du bei dir noch alles hier war du bleibst da drinnen was was und Das ist nicht, too. Es wäre impolite. Nicht hier. Wir geben ihm einen Rennig start. Da ist eine Idee. Und wenn wir ihn töten, wir ihn langsamer. Such patience. Ich will his tongue. Und liver. Sie sind deine.